Wir befinden uns hier bei den Wohnwagen und unserer kompletten Messe-Neuheit, dem Carasito, der Wohnwagen ohne Gas. Ein Wohnwagen ohne Gas ermöglicht unseren Kunden durch einfaches Bedienen durch das Einstecken ins Stromnetz, alle Komfortfunktionen und alles, was ich fürs Campen und Urlauben brauche, direkt mit einem Handgriff zu erledigen. Ein Vorteil eines Wohnwagens ohne Gasanlage ist selbstverständlich, dass ich keine Gasflaschen schleppen muss. Ich muss auch keine leeren Gasflaschen entsprechend servicen oder ersetzen. Das heißt, ich habe meinen Wohnwagen, stecke ihn ans Auto an, kann damit den Kühlschrank bereits in Gang setzen. Ich komme am Urlaubsort an, stecke dann meinen 230-Volt-Stecker ein und alle Funktionalitäten sind bereits gegeben. Ich kann keinen Gashahn vergessen. Ich kann sozusagen auch die Gasflaschen nicht im leeren Zustand einladen und entdecke das erst am Urlaubsort. Das Fahrzeug ist direkt reisefertig. Wir sprechen alle Kunden an, die zum ersten Mal Kontakt überhaupt mit der Reiseform bekommen, die ein Fahrzeug wünschen, das sie anstecken, nutzen und wieder auf die Seite stellen. Wir sprechen Familien an. Wir haben zwei tolle Kindergrundrisse im Programm, Familiengrundrisse. Wir haben aber auch kleine Reisecaravans speziell beim Carasito positioniert, damit eben die Kunden ihre Destinationen mit kleinen Fahrzeugen, wie wir es hier auch ausgestellt haben, mit Hybridfahrzeugen, mit Elektrofahrzeugen benutzen können.